Ich würde sagen, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr hier seid. Felix Jahn und Alex Aiono sind bei mir. Hallo. Hey, what's up? Hallo, what's going on? Geht's euch gut, euch beiden? Alex ist gerade auf Tour. Ich komme gerade von zu Hause, bin viel im Studio, war in Kopenhagen, gerade in London. Viel Songwriting für die kommenden Releases und ja, ich freue mich hier zu sein. Man fragt sich dann natürlich, warum jetzt die beiden hier zusammen? Felix Jahn, Alex Aiono, was bringt euch beide zusammen hier ins Energy Studio? Ein fantastischer Song natürlich. Wir haben gemeinsam eine Single aufgenommen. Hot to Touch heißt sie zusammen mit Hyde. Und ja, ich freue mich, dass er endlich rauskommt und wir gemeinsam den promoten können. Viele Menschen, die mit dir in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben, beispielsweise hier Omi, Alma, viele weitere, die sind dadurch ja quasi so richtig aufgekickt worden ins Musikbusiness. Jetzt könnte man natürlich sagen, ist das jetzt dein Nächster? Ich glaube, bei Alex muss man gar nicht mehr so viel nachhelfen, weil er selbst schon ein Star ist. Er hat bei YouTube, bei Instagram, Millionen von Klicks, ist in Amerika voll am Start, spielt gerade eine Welttour. Und er ist auf jeden Fall schon gut am Start, aber er hatte noch nicht so richtig seine Singles im Radio und im Funk, da kennen ihn die Hörer noch nicht. Und ja, hoffentlich kann ich ihm noch ein Stückchen weiterhelfen, aber ich glaube, er ist auch schon allein ganz gut unterwegs. Ich habe mich auf dich, als er diese Frage antwortete, weil er tatsächlich dir seine Liebe gerade gesagt hat. Ich kann es fühlen. Ich habe nicht mehr Deutsch gesprochen. Ich kann es fühlen, die Liebe, die rauskommt. Ich habe ihn von YouTube, ich habe Alex Iono, ich habe Instagram und ich war, ich denke, ich hoffe, es ist gut. Es ist gut, es ist gut. Es ist gut. Es ist gut. Es ist gut. Er hat uns gesagt, er hat uns sehr, 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 sehr über da in den USA gefallen. Er hat uns viele, 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 viele followers on Instagram, mehr als 2 million. Und der Story, wie du get this covered in den Streets von Santa Monica. Ja. Es sounds like one of those Hollywood fairytales. One of those Hollywood fairytales, you know. I was playing on the streets, just trying to practice and get better at live performance. And that's where I met my management. You were practicing playing songs in the streets. Yeah, well, I mean, I was playing in the street for practice. So like playing in the street, like street performing to also make, you know, they give you tips and stuff. But it was more for practice, so I could just get better at playing the guitar and singing live. And then who was walking by? A friend of my manager's. And then he called my manager and set it up. That's crazy. That's just one of those typical American Hollywood stories. Classic Hollywood. It's still strange that something like that happens. Okay, let's talk about your single, Hot to Touch. When I was listening to it, I was... Oder das machen wir vielleicht wieder in Deutsch. Ist das ein typischer Felix Jensong? Man könnte ja schon jetzt mittlerweile, du bist eine Weile dabei. Du hast so deinen eigenen Sound, als ich den gehört habe, so, hä? Okay, das ist mal was anderes, aber geil. Ja, da stelle ich mir halt immer so ein bisschen die Frage, was muss ein typischer Felix Jensong haben? Natürlich verbinden die Leute einen Song damit und die größten Hits waren, glaube ich, immer noch Cheerleader und Ain't Nobody. Und Book of Love klang auch noch sehr ähnlich, dann haben wir noch Stimme gemacht. Das war alles eine Richtung, aber danach habe ich auch viel experimentiert. Ich habe mit Steve Aoki zusammengearbeitet, mit Alma, mit Herbert Grönemeyer. Und ich glaube, das waren alles Songs, die in verschiedene Richtungen gegangen sind. Und Hot to Touch ist jetzt die nächste Entwicklung. Und ich glaube, irgendwie, solange es ein Beat hat, solange es tanzbar ist, solange es melodisch ist und ein geiler Song ist, kann es auf jeden Fall meine Single sein. Warum nicht? Ich glaube, man muss da jetzt nicht genau einen Sound und Song bedienen. Wie geht es mit Ihnen in den Studio? Was es hart zu arbeiten? Ja, er ist terrible. Das war eigentlich super easy. Wir haben einfach nur FaceTime. Ja, ich denke, das war die einzige. Ich denke, die nur hart ist, dass wir waren auf den oppositeen Seiten der Welt waren. So, wir würden, you know, mein night ist his day und his night ist mein day. So, ich werde in den Studio und dann ich sende es über. Und dann, wenn ich im Leben, er würde sagen, er würde sagen. Und so, wir hatten ein paar Passes-Thru von verschiedenen Vocal-Tryingen und verschiedene Versionen der Chorus und all das. Aber es war nicht wirklich sehr hart, als es war, dass wir es als bester als wir können über e-mail und FaceTime und Skyping und all das. 21st Century macht es möglich, right? Ja, definitiv. Well, du hast mich eine Sache, Alex. Du bist 20 Jahre alt. 21. Oh, ich bin sorry, 21. Ja, ich bin so proud of es. Fair enough. Ich bin 21. Fair enough. Das ist ein H zu beproud of, definitiv. Du hast mehr als 2 Millionen followers auf Instagram. Und Leute, ich glaube, es sind mostly Frauen, die kommen auf pictures von dir, things wie, hey Alex, come to Colombia und marry mich. Ja. Wie kannst du dich normalerweise sein, wenn das so weitergeht? You know, das sind alles Spaß. Und die Fans und die Fans sind so incredible. Und die Liebe ist großartig. Und ich denke, ich denke, ich kann es so viel wie ich kann, in einem positiven Sinne, und und enjoy es. Aber bei der gleichen Zeit, ich habe zu erkennen, dass sie mich unterstützen und sie sind. Und sie sind der Grund, dass ich hier bin. Und working with amazing people like Felix und getting to be here at NRJ und living my dreams. Still crazy what's happening. But this comment thing, it actually brings us to a little game that I would like to play with you guys. Because I was looking at both of your Instagram accounts very closely and I was looking at the comments section of them. And now I picked three comments from, like, both of your accounts. And I would like you guys to guess from which of your accounts the comments are. Okay. Are you saying the username of the guy? I won't. I won't. No, I won't. And I translated all of them. Maybe it would be easy if it's like Alex Iona fan number one commented, love you. Of course on Felix Jens account. No, I won't tell you the username and I translated all those comments in English to me. Oh, so they're all English. So it's not like it's clearly in German. Yeah. Okay. First comment. This jumper is pang, mate. Where can I get it from? I feel like that's a Felix. I feel like that's a Felix comment. I don't know. Just because I'm wearing a jumper. You're wearing a jumper right now. And when we first met in LA, you were wearing some good jumpers. Well, thanks for that. Is he the jumper guy? He could be the one, to be honest. I don't know. What do you think? He says Felix. What do you say? Oh, that says it's Alex. It is Felix. Yes. Is it? It is. Can you tell me which photo that was? I need to wear the jumper more often. Yeah, you should. It's a really good one. I was Googling it after that. It was a picture on a balcony in a white and red Adidas pullover. Oh, yeah. I love that one. It's a good one. Good shot. It's pretty pang, bro. Okay. Pretty red. Okay. We got the next one. He's so sweet. I just want to wake up right there next to you and keep cuddling all day. That's him. That's him. I'll take pride in that one. I'll take pride in that one. I'll take pride in that one. You know which picture we're talking about? I think so. The one I think it was. I was in London and I had just woken up and it was a really great picture. I thought in my head, I was like, that picture would be really cool because it's a great background. Okay. That's the first time in this interview I'm speechless. You know the picture from that comment. It is totally true. There's only one picture that I'm like laying in a bed because I don't really do that kind of thing. The only reason I did it was because it was a cool, like the hotel room was really cool and it was like, you know, the girls would come in and it was like, whatever, whatever. Okay. We got one last one. All right. Very cute one. Very cute one. Oh my, my. Such a sweet dolphin. I'd love to have a swim with you. Sweet dolphin. Sweet dolphin. Oh, I think that's mine. I posted a photo where I was in the pool and I had an emoji, but I think it was actually a whale, not a dolphin. And people kept commenting dolphin. There we go. That's totally true. Is it? Yeah. It's totally true. It was a whale emoji though, wasn't it? It was, but maybe you look like a dolphin in the water. That's related to you. Okay. You guys know your Instagram. Amazing. Amazing. Okay. So all the best with the new single Hot to Touch. Felix Jeng. Dankeschön. And Alexa, Ione, ich habe mich sehr gefreut, dass Sie hier waren. Schönen Abend noch. Danke dir. Appreciate it.